So, wir haben umgeräumt, die Mia hat mit ihren drei großen jetzt auch Platz gefunden, sie wollten nicht mehr in der Höhle schlafen, ne? Und Mia hat noch ein verdustiges Baby, ne? Ja, muss nicht gleich aufstehen. Der kleine Timmy hat sich dazu gesellt, ne? Ja, Timmy ist hier drüber geklettert über die Absperrung und ist somit jetzt nicht mehr alleine, ne? Ich nehme mal an, Timmy wird viel Blödsinn den anderen beibringen, ne? Ganz prima, ja. Na, ganz prima, Mia. Timmy, geht's gut? Kleiner Kletter, Max, ja. Man merkt, Timmy ist zwei Wochen älter als die von Mia. Na, die haben nämlich hier drin geschlafen, im Dunkeln von Mia, das hat ihr aber dann nicht mehr gefallen. Und heute Nacht sind sie hier gelandet, die kleinen Babys. Da waren wir viel Wanderung, ne, über Nacht. Überall waren die Kleinen verstreut. Na, ganz fein. Na, wen haben wir denn hier? Die kleine Ulani. Na, wer bist du denn? Ach, du fauchst schon. Na, ist ja ganz toll. Wer faucht denn hier? Das ist der kleine Ulani, ja, unser kleiner Schokobrein-Kader. Dann bist du der kleine Unico, ne? Oder Unico, je nachdem. Ganz fein. Ja. Hier unser Kletter, Max. Na, da bist du nicht mal alleine, ne, Timmy? Ja. Da muss noch eine Absperrung hin, weil die Kleinen nicht so einen Auslauf haben dürfen. Sind ja erst drei Wochen. Aber Timmy weiß es schon zu helfen. Schönen Bruch drüber. Timmy, der ist noch zu klein für dich zum Spielen. Der ist noch zu klein für dich. Mia, jetzt hast du vier Babys, ne? Die Mama ist unterwegs, vom Timmy. Hm. Timmy, du bist schon ein bisschen zu derb für die Kleinen. Timmy, du bist trotzdem schon ein bisschen zu derb. Die sind noch klein. Du liebes bisschen. Guck mal her, mein kleiner Mann. Lass mal die Kleinen. Ulani muss nämlich noch trinken. Ne, Spatzfreund? Ne? Spatzfreund? Was machst du im Klo, die Mia? Ganz fein macht das die Mia. Ja, von oben müssen wir ja nicht drüber. Ja. Ganz prima macht das die Mama, ne? Ja, ihr dürft das kleine Mädchen aber nicht wegdrängen, die Rübel. Die kleine hat es nicht einfach, wir haben zwischendurch noch zugefüttert, damit die kleine Ulani überhaupt Milch bekommt, ne? Oh, ihr seid, lasst doch das kleine Mädchen. Mia, da hast du ja zwei Kaderchen bekommen. Ganz prima macht das meine Mia. Total entspannt, ne? Ganz toll, ja. Na, meine Nelly? Ja, hier ist noch die Nelly, ne? Ja. Na, mein Schatz, ganz prima. Ganz prima. Ja. 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 Draig. Ja.